Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Azure Fundamentals. In der heutigen Session dreht sich alles um das Azure Active Directory, beziehungsweise wir starten eine erste Übersicht zum Azure Active Directory und werden uns dann in einer der nächsten Sessions über die verschiedenen Funktionen detaillierter unterhalten. Aber wissen Sie was? Wir haben einiges zu tun, lassen Sie uns gleich beginnen. Ich befinde mich hier im Azure Portal und navigiere zu den Favorites und da wird mir das Azure Active Directory angezeigt. Oder aber Sie navigieren zum Suchfeld und geben ein Azure Active Directory. Wenn Sie sich im Microsoft 365 Admin Center befinden, navigieren Sie nach unten und wählen Sie hier Azure Active Directory aus. Es startet ein neues Register, dann wählen Sie hier Azure Active Directory aus und dann befinden Sie sich direkt im Azure Active Directory. Sie sehen also, viele Wege führen zum Azure Active Directory. Was aber genau ist das Azure Active Directory? Das Azure Active Directory ist der cloudbasierte Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienst von Azure. Das heisst also, dass das Azure Active Directory unter anderem die Authentifizierung entgegennimmt. Das heisst, Mitarbeiter oder Personen melden sich an, um auf Ressourcen zuzugreifen. Sie können beispielsweise das einmalige Anmelden integrieren, ein sogenanntes Single Sign-On oder auch ein sogenanntes Seamless Sign-On. Seamless Sign-On bedeutet, wenn beispielsweise Geräte im lokalen Active Directory vorhanden sind, die Geräte werden synchronisiert ins Azure Active Directory und eine Person meldet sich an einem solchen Gerät an, öffnet Outlook und kann dann gleichzeitig auch auf andere Cloud-Dienste zugreifen, weil eben das Seamless Sign-On aktiviert wurde. Das heisst, es muss nicht jedes Mal das Kennwort angegeben werden oder beispielsweise vielleicht sogar ein zweiter Faktor. Dazu kommen wir noch. Dann gibt es weitere Dienste von Azure Active Directory, die Anwendungsverwaltung, Business-to-Business, abgekürzt B2B, Business-to-Customer, B2C, die Geräteverwaltung. Sie sehen, es gibt so viel zu erkunden im Azure Active Directory. Kommen wir aber zur grundlegenden Frage zurück, eben, was ist das Azure Active Directory? Das habe ich schon erwähnt, es ist der Cloud-basierte Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienst. Warum ist denn das so wichtig? Das ist vor allem darum wichtig, weil es das Fundament ist. Und zwar, wenn es um Identitäten geht, ist es das Fundament für alle Microsoft Cloud-Dienste. Und ich will Ihnen das schnell zeigen. Wir haben hier als Basis, als Fundament, das Azure Active Directory. Das Azure Active Directory ist, wie schon erwähnt, ein Fundament. Es ist das Fundament für die Microsoft Cloud-Dienste. Und zwar geht es um Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen neuen Tenant eingerichtet. Sie haben sich neu beim Azure-Portal angemeldet. Dann wird im Hintergrund ein Azure Active Directory Tenant eingerichtet. Sie sind also nichts anderes als eingemietet im grossen Azure Active Directory. Und jetzt stellen wir uns vor, dass eben genau hier dieses Azure Active Directory repräsentiert ihren Tenant. Nun, das Azure Active Directory ist, wie schon jetzt zwei, dreimal erwähnt, eben das Fundament für was? Das Fundament für Microsoft 365, für das Microsoft 365 Admin Center. Weil, wenn Sie ein Konto anlegen im Microsoft 365 Admin Center, in Tat und Wahrheit wird das Konto hier im Azure Active Directory angelegt. Wenn Sie mit Exchange Online arbeiten, die Postfächer, die Sie anlegen, Sie weisen einem Benutzer oder einer Benutzerin, die hier im Azure Active Directory abgelegt ist, eine Lizenz zu. Und wenn Sie die Lizenz zuweisen, wird die Mailbox eingerichtet. Wenn Sie Microsoft Teams öffnen und sich die Konten anschauen, die Konten kommen aus dem Azure Active Directory. Wenn Sie beispielsweise mit Intune arbeiten, schreibe ich hier einmal hin, MDM, ist nicht ganz korrekt, aber für Intune reicht es nicht mehr aus. Wenn Sie beim Intune Portal Benutzer und Gruppen aufrufen, dann rufen Sie in Tat und Wahrheit Benutzer und Gruppen aus dem Azure Active Directory aus. Jetzt sehen Sie, was ich damit gemeint habe, dass es das zentrale Fundament ist. Und lassen Sie uns genau das nochmals im Portal etwas genauer erkunden. Zurück im Azure Portal könnte ich jetzt direkt hier wieder Azure Active Directory aufrufen. Oder eben, ich habe hier eine URL aufgerufen, aad.portal.azure.com. Da gelangen Sie direkt zum Azure Active Directory. Jetzt schauen wir uns einmal Folgendes an. Da gibt es die Users. Und hier gibt es einige Konten. Beispielsweise synchronisierte Konten. Das sehe ich hier. Die wurden von einem On-Premises Active Directory synchronisiert hier ins Azure Portal. Dann weitere Konten. Dann gibt es Konten, die sind reine Cloud-Objekte. Alles, ja, so wie es eben sein soll. Aber, jetzt kommt das Aber. Wie sieht es denn aus im Microsoft 365 Admin Center? Hier habe ich das Microsoft 365 Admin Center aufgerufen. Ich navigiere zu Active Users. Und schauen Sie mal. Genau die gleiche Liste. AVD Administrator, AVD User 1, 2, 3. AVD Administrator, AVD User 1, 2 und 3. Das bedeutet, dass Microsoft 365 Admin Center, wenn Sie hier ein Konto anlegen, ist es nichts anderes als eine grafische Schnittstelle direkt ins Azure Active Directory. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das heisst, Konten, die Sie hier anlegen im Microsoft 365 Admin Center, werden in Tat und Wahrheit hier im Azure Active Directory abgelegt. Oder ein weiteres Beispiel. Nehmen wir das Intune Portal. Hier befinde ich mich im Intune Portal. Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Hier ist die Gesamtübersicht. Und jetzt wähle ich hier Users aus. Und jetzt schauen Sie mal, was passiert, wenn ich zwischen dem Endpoint Manager Admin Center wechsle zum Azure Active Directory. Schauen Sie einmal hier bei dieser Seite hin. Haben Sie es gesehen? Das Einzige, was sich unterscheidet, ist das Menü. Und hier ist dann wiederum fast alles gleich. Wenn ich da hin und her navigiere, sehen Sie es. Hier im Menü gibt es einen Unterschied. Aber hier und hier nichts. Schauen Sie mal. Fast absolut identisch. Das bedeutet, das Intune Portal bei Users oder auch bei Groups greift im Hintergrund direkt auf das Azure Active Directory zu. Wenn Sie im Microsoft 365 Admin Center einem Konto eine Lizenz zuweisen oder wenn Sie das hier direkt im Azure Active Directory machen und in dieser Lizenz ein Exchange Online Plan enthalten ist, dann werden hier ebenfalls Konten aufgelistet. Diese Konten wiederum sind ebenfalls Bestandteil vom Azure Active Directory. Wenn Sie in Teams arbeiten und Sie navigieren hier im Teams, wählen Sie Users aus und dann wählen Sie Manage Users aus. Und was erhalten Sie? Sie erhalten dann die Benutzer aufgelistet, die über eine Lizenz verfügen. Und woher kommen diese Konten? Diese Konten kommen alle aus dem Azure Active Directory. Es war mir in dieser Session sehr wichtig, Ihnen zu zeigen, was das Azure Active Directory ist. Einmal kurz erklärt, der Cloud-basierte Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienst von Azure. Dass es das Fundament ist für die Microsoft Cloud-Dienste. Was das Azure Active Directory alles an Funktionen noch zu bieten hat. Genau das und mehr werden wir in der nächsten Session miteinander besprechen. Bis dahin, machen Sie es gut!